In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie man den Multi-IO in Verbindung mit einem Extension-Modul 590 nutzen kann, um beispielsweise Beleuchtung zu schalten. Um nun die Schaltfunktion des KNX-RP Multi-IOs nutzen zu können, wechsle ich zunächst einmal in die Parameter und dort unter Kanal können nun die einzelnen Kanäle des Multi-IOs konfiguriert werden. In meinem Fall ist das Erweiterungsmodul am Kanal 1 angeschlossen, deshalb aktiviere ich diesen Kanal und wähle dort als Funktion Schaltaktor aus. Dadurch hat sich hier ein neues Menü geöffnet, Kanal 1, Actuator 1, Allgemein. Zuallererst werde ich diesen Schaltkanal einmal benennen, und zwar in Spots im Wohnzimmer. Und dann schauen wir uns einmal an, was für Konfigurationen hier möglich sind. Zunächst einmal kann definiert werden, welche Funktion genutzt werden soll. Also ob der Ausgang ein Universalausgang ist, ob eine Ein- oder Ausschaltverzögerung genutzt werden soll. Eine Treppenhausfunktion kann aktiviert werden und zu guter Letzt auch ein Ventilaktor für die Pulsweitenmodulation. Ich bleibe hier allerdings bei einem Universalausgang, denn der Schaltkanal soll lediglich an- und ausgeschaltet werden ohne Zeitfunktion. Zusätzlich kann jetzt noch eine Szenenfunktion aktiviert werden. Das bedeutet, es können bis zu 16 Szenen für diesen Kanal verwendet werden. Diese können dann noch näher definiert werden, ob nur ein Ausschaltbar möglich ist oder ob der Szenenwert auch gespeichert werden kann. Dann kann noch eine Rückmeldung aktiviert werden und auch hier kann näher definiert werden, wann diese geschickt werden soll. Nur bei Abfrage, das wäre dann, wenn ein Lesentelegramm geschickt wird. Bei Änderung, dann würde jedes Mal ein Telegramm geschickt werden, wenn sich der Schaltausgang ändert. Und zusätzlich kann das Ganze auch noch zyklisch geschehen innerhalb von einer definierten Zeit. Ich benötige lediglich bei Änderung und zusätzlich deaktiviere ich noch die Szenenfunktion. Der nächste Parameter definiert, wie der Schaltausgang geschaltet werden soll, wenn der Multi-IO neu startet, also die Versorgungsspannung ausgeschaltet war und wieder zugeschaltet wird. Dann kann entweder der Zustand beibehalten werden oder ein definierter Zustand kann angesteuert werden. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Sperrfunktion, mit der die Bedienung dieses Kanals gesperrt werden kann. Wechseln wir zurück in die Kommunikationsobjekte. Dann sieht man jetzt, zwei Kommunikationsobjekte wurden hinzugefügt, die auch den Namen tragen, wie er eben parametriert wurde. Und dann können jetzt die Kommunikationsobjekte in die Gruppenadressen hinzugefügt werden. Dafür wechsle ich in Beleuchtung und füge dort unter Schalten und Rückmeldung neue Gruppenadressen hinzu. Diese kopiere ich auch einmal in die Rückmeldung. Und dann können jetzt die Gruppenadressen mit den Kommunikationsobjekten verknüpft werden. Der Multi-IO ist jetzt also verknüpft, fehlt nur noch der Tastsensor. Diesen habe ich bereits vorparametriert. Hier nutze ich die Taste A0, A1 und einmal zur Schaltengruppenadresse. Jetzt wechsle ich in den dynamischen Ordner und programmiere alle Geräte, die geändert wurden. Dazu zählt in diesem Fall auch der IP-Router, denn es sind ja neue Gruppenadressen hinzugekommen, die der IP-Router durchlassen muss. Also einmal alles partiell programmieren. Nun da alles auf die Geräte geladen wurde, wechsle ich in die Diagnose. Und dann schauen wir einmal, ob die Parametrierung so auch funktioniert. Und wir sehen, die Funktion ist gegeben. Der Tastsensor schickt sein Eintelegramm. Daraufhin wird der Kanal eingeschaltet und der Multi-IO schickt seine Rückmeldung. Und dasselbe noch einmal für das Ausschalten. Und so fügt man also das Extension-Modul 590 hinzu und programmiert einen Kanal des Multi-IOs als Schaltkanal.